Hey Leute, in diesem Video werden wir uns die beste Heißluftfritteusen durch umfangreiche Recherchen und Tests ansehen. Wir haben eine Liste von Optionen zusammengestellt, die den Bedürfnissen verschiedener Käufertypen gerecht werden. Wir haben Optionen für jeden Benutzertyp enthalten, ob Sie also nach dem besten Budget suchen, like den Videokommentar und vergiss nicht zu abonnieren. Jetzt lass uns mit dem Video loslegen. Nummer 1, Cosori CP 137 AF Heißluftfritteuse, die Cosori CP 137 AF Heißluftfritteuse dürften wir selbst testen. Dieses Modell arbeitet mit einer Leistung von 1,500 Watt und bietet ein Fassungsvermögen von 3,5 Litern ausreichend für eine 2- bis 3-köpfige Familie. Sie erhitzt Lebensmittel auf eine Temperatur von 75 Grad bis 205 Grad Celsius, wodurch diese schonend gegart werden. Die Bedienung gestaltet sich als unkompliziert. Dank 11 automatischer Programme können sich auch Unerfahrene direkt ins Frittiervergnügen stürzen und frittierte Leckereien mit. Guten Geschmack herstellen. Beim Testen hat uns das große OneTouch LED Display überzeugt. Ein weiteres Highlight stellt die Vorwärmfunktion dar. Damit geben Sie der Fritteuse 2-5 Minuten Zeit, um auf Temperatur zu kommen. Das sorgt für eine sichtbar bessere Textur der zubereiteten Speisen. Neben der technischen Ausstattung ist das hochwertige Design der CP 137 AF erwähnenswert. Dafür wurde das Gerät im Jahre 2018 mit dem RedDart Design Award für Produktdesign ausgezeichnet. Der Preis wird vom Designzentrum Nordrhein-Westfalen e.V. Jährlich für Produkt- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzepte vergeben. Vorteile mit 11 Programmen. Einfache Bedienung, inklusive Rezeptbuch, inklusive viel Zubehör. Nachteile. Fassungsvermögen nur 3,5 Liter. Nummer 2. Cosori XXLL 501 4,7 L Heißluftfritteuse Nachdem Cosori mit ihrer 5,5 Liter Heißluftfritteuse sehr gut abgeliefert haben, entwickelten sie ihr neustes Produkt 4,6 Liter ebenfalls mit der Bezeichnung XXL. Das Fassungsvermögen ist zwar etwas geschrumpft, aber dennoch für die meisten Zwecke ausreichend. Es passt ein mittelgroßes Hähnchen und ein Sack Pommes problemlos rein. Die praktischen Features wie Schäckeerinnerung oder Vorwärmfunktion hat Cosori beibehalten. Dagegen hat sich die Bedienung auf der Oberseite verschoben und besteht aus hochwertigem Glas. Generell ist das Design unserer Meinung nach viel schicker geworden. Das Alleinstellungsmerkmal die Heißluftfritteuse ist die maximale Temperatur von 230 Grad Celsius. In der Theorie können damit Pommes und Co. in kürzerer Zeit krosser zubereitet werden. Bezüglich der Reinigung hat sich Cosori wesentlich verbessert. Da statt einem Korb nur noch ein Gitter mit dem glatten Korpus vorhanden ist, gibt es auch viel weniger zu reinigen. Das Korpus ist auch antihaftbeschichtet und einfach abzuwischen. Übrigens ist die Betriebslautstärke mit 55 dB leiser geworden und spielt sich in einem niedrigen Frequenzbereich ab. Nummer 3, Princess 182 1050 XXL Heißluftfritteuse Die Princess 182 1050 XXL Heißluftfritteuse arbeitet mit einer Leistung von 1,700 Watt und Temperaturen zwischen 80 und 200 Grad Celsius. Der herausziehbare und aus BPA-freiem ABS-Kunststoff gefertigte Frittierbehälter bietet ein Fassungsvermögen von bis zu 5,2 Litern. So können Speisen für die ganze Familie oder den Freundeskreis zubereitet werden. Im Innenraum der Fritteuse befinden sich der herausnehmbare Frittierkorb und eine Schublade. Sie ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, sodass Lebensmittel während der Zubereitung nicht anbacken. Beide Elemente sind spülmaschinenfest, um die Reinigung zu erleichtern. Die Bedienung der Princess 182 1050 XXL erfolgt über ein Digital-Display mit Touch-Schaltfläche. Diese Heißluftfritteuse bietet sieben vorinstallierte und automatische Programme für die sichere. Benutzung im Haushalt ist dieses aerofreie Modell mit Antirutschfüßen und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dank Timer-Funktion lässt sich die Zubereitungszeit individuell einstellen. Vorteile Großes Volumen mit 5,2 Liter Optional mit oder ohne Zubehör Vergleichsweise leise Acht automatische Programme auswählbar Nachteile Nur sieben Programme Nummer 4 InSki Heißluftfritteuse XXL 5 5L Die neue Heißluftfritteuse von InSki punktet mit einem quadratischen Design aus Edelstahl und einer 1700 Watt starken Leistung. Das Fassungsvermögen beträgt 5,5L, was für bis zu 1,2 kg an Pommes reicht. Die hochwertige Verarbeitung spricht eindeutig für sich. Die Bedienung ist sehr leicht, man kann eines der sieben automatischen Programmen im digitalen Display auswählen und dann geht es auch direkt los. Praktische Features wie eine Warmhaltefunktion sind auch dabei. Im Garkorb passen in unserem Fall problemlos 1000 Gramm an Pommes rein und mehr sollte man auch lieber nicht reinfüllen. Sonst wird es zu schwer zum Schütteln und die Garergebnisse ungleichmäßig. In unserem Pommes-Test wurden die Lebensmittel sehr schön kross und deutlich besser als im Backofen. Die Wärmeleistung ist genau wie der Geschmack sehr gut. Tiefkühlpommes brauchen 20 Minuten und selbstgemachte 25 Minuten. Den großen Korb kann man sehr einfach mit der Hand und den Innenkorb in der Spülmaschine reinigen. Übrigens muss man dieses Produkt ebenfalls paar Mal leer laufen lassen, um den Plastikgeruch zu beseitigen. Nummer 5 Ninja Foodimax AF100EU Heißluftfritteuse Die Ninja AF400EU ist eine schwarze Heißluftfritteuse, die über ein digitales und laut Hersteller benutzerfreundliches Bedienfeld verfügt. Sie ist anders als die Vorgängerversion AF100EU nicht mit einem Frittierkorb, sondern mit zwei Körben ausgestattet. Beide Garzonen sind unabhängig voneinander programmierbar. Das ermöglicht es, zwei unterschiedliche Speisen zur selben Zeit zuzubereiten. Beide Frittierkörbe sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Daneben befinden sich zwei Gittereinsätze im Lieferumfang. Sie sind ebenfalls antihaftbeschichtet und sollen sich zur Zubereitung von knusprigen Speisen eignen. Neben den beiden Körben und den zwei Gittereinsätzen gehören eine Kurzanleitung, eine Bedienungsanleitung und, anders als beim Vorgängermodell, ein Rezeptbuch zum Lieferumfang. Dank ihr werden beide Speisen zur selben Zeit fertig sein. Die Matchfunktion ist verwendbar, wenn für die Speisen in den zwei Körben dieselben Einstellungen erforderlich sind. Vorteile Sechs Programme Zwei unabhängig voneinander einstellbare Garzonen mit Matchfunktion und SYNC-Funktion Nachteile Ohne Sichtfenster Okay Leute, das war's erstmal. Bitte hinterlassen Sie ein Like auf dem Video. Wenn Sie neu hier sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie Ihr Benachrichtigungsglockensymbol, um die neuesten Videos unseres Kanals zu erhalten. Schauen Sie sich unbedingt die Beschreibung für Links an, um die aktuellen Preise für alle in diesem Video erwähnten Produkte zu finden. Schatten Sie sich unbedingt die Beschreibung für Menschen auf der Sucheile